Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich eine 3D Torte Romy Cup dekoriert habe. Für diese Torte habe ich Frankfurter Kranz gebacken, Ganache aus Zartfitterschokolade gemacht und überzogen habe ich die Torte mit dem Fondant. Alles andere seht ihr im Video. Na gut, und jetzt fangen wir an. Jetzt erst empfehlstiro. Fluch ... Fertig ... Fertig ... Fertig ... Plaatsch ... Fertig ... Fertig ... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018